Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich hab mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesusquatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Vales und Vales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ja Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt hab ich Mädels am Laufen. Und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Vales! Haha! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Tartel in derselben Fruchtblase war. Sollte ich ja nicht gegenseitig fertig machen. So. Gut. Das war's schon mal. Naja, was heißt gut, aber... Autohack-Files! Besser als nix. Und hier war der vor uns... Mann, ist der weit geflogen. Und jetzt bin ich garantiert auch da drinne... ...wo ich vor uns nicht reinkam. Ja, aber ich wollte ja da noch mal... ...den einen Schritt nach oben. Oh, und hier haben wir... ...Hackers Delight 2. Mit Hackers Delight 2 wandelt dein Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen! Hackers Delight 2. Und die Niete nehmen wir mal auf. Aber bevor ich da ins Ziel gehe... Oh, jetzt heißt es Pfarrer, Daniel Well. Wahnsinn. Hatten wir nicht hier. Und hier, ein Dotsen ver... ...schissnet auf. Oh. 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 Das war wahrscheinlich gerade nicht besonders gut. Aber die Fallen-Nieten, die kann ich ja alles... ...aufheben. Was? 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 Ja, ich weiß. Ich sollte Munition wechseln. So. Ich weiß. War gerade nicht sehr gut alles von mir, was ich hier gemacht habe. Weil ich hier jetzt auch einen Haufen Fallen-Nieten verballert habe. Ah, Daniel Welles. Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Und da, 19, 19, 19, dann müssen wir das jetzt auch. 0, 0, Schrott. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben wieder ein bisschen Geld. Mini-Geschütze können wir wieder gebrauchen. Panzerbrechend. Dann für uns, auch mit uns. Da haben wir noch, haben wir aber ein bisschen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal wieder die Antipersonen haben wir noch welche. Das ist ja auch so toll, Märtyrer zu sein. Was streiten wir uns jetzt um eine? Die Bösen sind Rettmuster-Bubbles. Die Bösen sind Rettmuster-Bubbles. Na... ! Adapter! Na! Ja, 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 ja! Come Baldi, wir sind更staat! Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der L.A. und dort sind auch die Erstmal Okay, ich kann nicht mehr davon tragen Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für L.A.m. rekrutiert hat Das kann ich gerade nicht Na dann, Türcode, eingeben Eins Neun Eins Neun Was ist jetzt? Oh Können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben Und Simon Daniel ist tot Ermordet? Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit Die haben dir den Saft abgedreht Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten Sieh in der Rohrpost nach Äh Wisse Bestie Daniels Körper mag er kalten Aber seine Seele ruht im Kinde des Lams Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt Ja, 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 ja Kommt bestimmt Kommt denn Brutie? Oder kommen hier bloß Spideys? Da ist ein Spidey Deine Sünde holt dich ein, Bestie Und sie hat unzählige Namen Ach, hier ist noch ein Spidey Das wird hier ein bisschen, naja Feurig, würde ich mal sagen Da ist noch ein Verbandskasten Okay So Aber ich schätze, hier kommt bestimmt noch ein Brutie Ne, jetzt erstmal Verdammt, ich krieg die jetzt immer gar nicht mit, wenn die jetzt hinter mir stehen Iya Iya Das ist ein Brutie Wo bist du? Da bist du Ich hab keine Kugeln mehr, ich hab ne Panzerbrechend Aber das ist auch in Ordnung Uh Doch, ich hatte es noch Kugeln Verdammt, ich hab nicht nachgeladen Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde Äh, so Jetzt erst, erst mal langsam Ich hab hier Einen Haufen Leute Sag ich mal Die ich hier mir Aussuchen kann Dass die Dass ich die kalt Stelle Vor allem Wie komm ich Da Naja, das sind die Bruties Die da Springen Aber ich glaube, ich hör grad ein Aber die Bruties irgendwie Ich weiß nicht warum Irgendwas haben die Ich find die cool Auch wenn die so An sich Äh Ich glaub, jetzt nehmen wir mal die Schrot weiter Was haben wir hier noch? Phosphorschrot Frage dich, Delta Du, der du so unermesslich gelitten hast Unter Menschen wie Ryan Was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde Welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort Oh, ey, die ist Ah Die ist Ich könnt der links und rechts eine scheuern Echt Och, ein Broody, ne? Oh, oh Ähm Ich würde dann einfach mal sagen Weil das wieder so ein Riesengebiet ist Was ich Zu durchsuchen habe Und Ihr ja Das durchaus Meine Orientierungsfähigkeiten Kennt Dass diese nämlich Gleich Null sind Und ich jetzt einfach erstmal Äh Zurück Finden will Mehr will ich gar nicht machen Oh, Hilfe 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 Jee, Frostforschrutt Geht also nicht gleich Auf Anfang rein Sondern dann eben Später am Ende Aber darum sage ich ganz einfach Erst einmal Na gut Wir können einfach Eigentlich schon auch hier rauskommen Aber ansonsten Sage ich dann Wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Ciao 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 Whoa Untertitelung. BR 2018